Hallo meine Kraftfreunde, willkommen zu einem kleinen Zeitraffer in Skyfake Week 2. Ich und der liebe Wizard Boss, einer aus meiner Community. Wir haben das ME-System Auto-Crafting bzw. das ME-System mal ein bisschen gebaut und getunt mit einem riesengroßen, richtig fetten Controller und so weiter. Und ja, das war so etwa 7 Stunden insgesamt, die wir aufgenommen haben. Ich habe das dann zusammengeschnitten zu einem hübschen Zeitraffer. Wir haben auch die Base gebaut, also ja, so sah es vorher aus, jetzt sieht es so aus. Und ja, genieße einfach den Zeitraffer so ein kleines bisschen vorher noch was zur Story. Also wir haben erst begonnen, einen riesen ME-Controller zu bauen und dann ein bisschen das Auto-Crafting. Das Auto-Crafting, da sieht man im Zeitraffer natürlich nicht so viel. Dafür habe ich dabei in der Zwischenzeit die Base ein bisschen umgebaut und noch eine riesengroße Smeltery dazu gebaut. Also ja, ich habe so ein bisschen Musik da drunter gelegt, also viel Spaß, bis gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.